Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hey, meine Rolle ist cool und Town of Salem mit Krian. Und Dark. Mit Giacomo. Hey, hey. Und mit Shenikua. Hola. Auch silly genannt. Wachsen mit viele Mafiosis. Okay, damit ist dann schon mal klar, wow, zwei Diva. Damit ist dann schon mal klar, das wird für uns auf jeden Fall keine tolle Runde. Ja, das heißt, du bist Townie oder was? Heißt das, ich bin jetzt hier in der Runde der einzige Townie bei euch? Ich weiß es nicht, also ich weiß, ich bin Mafia. For fuck's sake. Welcher bist denn du? Ich bin Gottfahre. Das Spiel wird sehr langweilig, weil das sind zwei Liva, wir töten einen, das ist öde. Du weißt halt nicht, ob da noch irgendwas ist, was uns tötet. Ja, das kann ja sein. Vielleicht ein Veteran, aber wir haben spätestens an Tag 3 haben wir die Obergewalt, was die Wahlen angeht. Bitte tötet mich nicht, ich bin Emni. Ich bin Emni. Bitte tötet mich nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich tötet einfach eine Person. No, please don't kill me. Ich seh's kommen. Ich sterb jetzt in der ersten Nacht. Nein, ich lebe doch. Woo, Hype. Gern geschehen. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Hey, Glück. Na also. Aber die haben nicht die Person getötet, die ich wollte. Das heißt, es ist ein Transporter da. Ne, es ist niemand getötet, er wurde rettet. Oh mein Gott. What the fuck? Hey, der Jester ist tot. Wup, wup. Ist in so einem Game, ist doch Jester eigentlich relativ angenehm. Eigentlich schon. Und jetzt kannst du Medium? Oder zweiter Jester. Oh, Witch. Oh, zum Glück. Was bist du eigentlich, Alex? Ich bin Sheriff. Oh, aha. Oh, oh, oh. Was ist silly? Ich bin Emni. Ah, stimmt, hast du ja gesagt. Hat sie doch gerade schon erwähnt. Was warst du denn? Deswegen hab ich ja gemeint, please don't kill me, no. Not today. Du kannst ja zu Witch werden. Ne, danke. I found a Disguiser. Äh, das heißt entweder Disguiser oder Jester. Das heißt, Shadow Disguiser hat quasi keine Ahnung. Oder er ist Echse. Ah, okay. Ah, kann aber nicht sein, ist noch zwei Lieber gewesen. Oder hat wirklich jemand die Identität eines Toten angehängt. Oh, I see what he's doing there. Nett. Oh, das ist eine super Idee. Da, da, da. Das ist echt eine super Idee. Da muss man ihm sagen. Ja, das ist genial. So, ähm. Ne, der ist echt clever. Das ist eigentlich so einer der für mich schlimmsten Rollen, weil du hier wirklich kaum was machen kannst. Weil du so wenig Auswang hast. Wieso? Komm doch als Jester in dir. Ja, du sagst ja nimmst Gottfarze. Wir glauben dir. Aha. Ich hab gesagt, ich bin Emily. Da bin ich mal einmal ehrlich zu euch und dann... Heißt das, du lügst mich sonst immer an? Baby dich niemals. Was bist du denn, Giacomo? Penis. Ich bin direkt unter dir und ich bin... Haha, ich hab Mafia gefunden. Ah, okay. Du hast was rausgefunden? Ja. Ah, das heißt du warst Tape? Ja. Du hast immer sehr kreative Namen. Du warst Cellphone, jetzt bist du Tape. Hey, jetzt kann es nicht sein, dass ich random irgendwelche Sachen nehme, die hier rumliegen oder so. Mhm. Würde ich nie tun. Da hab ich verdammt Schwein gehabt, weil ich denselben eigentlich töten wollte. Ich hab aber dummerweise nicht richtig draufgeklickt. Hast du nur mal Glück gehabt? Uh, der Konzert. Ja, wenn du weissen willst, das ist gut. Ja, keine Angst, wir haben noch weitere, das ist kein Problem. Oh, Mania. Da denkt jemand mit, da ist jemand tricky. Aber die Strategie ist gut. Sie ist echt sehr gut. Ja. Muss man ihm lassen. Ja. Ich hab schon überlegt, ob ich so randomly irgendwann mal in meinen letzten Willen reinschreibe, äh, Sheriff, mein, und dann Namen von irgendeinem anderen. Ja, das mach ich auch gern ab und zu. Vor allem wenn ich Chester bin, mach ich das noch im Grab quasi jemanden beschuldige. Ja. Kommt immer gut, wenn du dann von der Mafia getötet worden bist, dann so, ja, das Geist worden, alles klar, tötet ihn, tötet ihn. Oh, ja. Ich glaub, niemand ist das Geister. Was? Auf sieh. Was ist das? Jester Matsch? Jetzt wird der Echse gelynscht. Stört mich eigentlich. Ich hätte ja lieber, dass wirklich Peter gelynscht wird, der ja auf jeden Fall ist. Inno ist. Ja. Ich mein, würde jetzt die komplette Mafia Inno wählen, wärs egal, aber das Problem ist, das würdest du wahrscheinlich nicht tun. Hm. Hm. Selbst dann würds nicht reichen. Was ist, was ist denn wirklich für ein Tomodachi? Ein Freund, das ist das japanische Wort dafür. Okay. Oh Gott, ist ein Lama behindert? When how you speaking? Das Dumme ist, wir konnten noch niemanden töten. Entweder hab ich jemanden unverwundbares gefunden, wobei das auch nicht da stand, dass er immun war, wahrscheinlich wurde er gehealt, dann einmal verklickt, zum Glück, sonst wäre ich schon tot. Ich bin ja besser als Alex. Das ist so drücklich. Aber sein Hundchen weint. Oh nein. Verdient. Verdient. Oh nein. Oh. Hat er hübsch gemacht, hat er hübsch gemacht, muss man ihm lassen. Oh. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, wiederholen. Oh. Oh. Was zu sein scheint, dass es jetzt keinen Jäler gibt. Ja. Und ich meine, ihr wisst, wer der Wett ist. Wenn es dann nicht noch ein Wett gibt. Ja, nochmal ganz kurz nachschauen. Ich glaube, ich weiß es immer noch. Ja. Es ist eine Nummer zwischen 1 und 15. Lüge! Also eigentlich zwischen 1 und 13. Also eigentlich zwischen 1 und 13, ja. Okay, ich sägte die. Ne, man kann nicht mehr. Sorry. Sorry. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ja. Ja, du bist schuldig, wenn wir alle jetzt hier gestorben wären. Ich weiß, ich weiß. Weil wir alle für die 15 gewählt hätten. Ich weiß. Ja, ich konnte jemanden töten. Endlich. Peter. Is dead. Bye, Pete. Ich habe jetzt wegen dem ganzen Dumm gebabbelt vorhin nicht aufgepasst. Gibt es echt noch eine andere Tötengerunde? Seriously, der Doktor? Nö. Hm, scheiße. Bis jetzt bin ich gestorben durch ein Wett. Der Extinctioner wird gehängt. Chess, dann wird ich mal lieber. Und einen Doktor hast du gerade gekillt. Alles klar. Das heißt, wir haben ab jetzt Stimmgewalt. Wir können nicht mehr hochgewählt werden. Wer hat mich geroblockt? Würde ich aber noch nicht ausnutzen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es noch Idioten gibt. Ja, natürlich. Das ist irrelevant. Ja, natürlich. Das Spiel ist quasi entschieden. Ich habe jetzt nur nicht darauf geachtet, dass du wieder so eine Zahlenkombination Namen hast. Zahlenkombination Namen? Soll ich dir mal ein paar Backpfeifen verpassen? Komm doch vorbei. 7 of 9? Sag dir was. Ja, das sind 7 Neuntel. Oh. Star Trek. Die Borg. 7 of 9. Oh. Hast du gerade gesagt, du hast das nie geguckt? Ja, habe ich. Seriously? Warte mal ganz kurz. Ich habe es nie geguckt. Klingt das jetzt stolzer? Du bist für mich tot. Weil man Star Wars nicht geguckt hat? Tut mir leid. Star Trek! Ich habe, ich habe, Entschuldigung, ich habe Star Wars verstanden. Nee. Star Trek. Okay, gut. Meine Güte. Star Wars. Ich stehe auf Harry Potter. Das ist der beste Charakter in der Herr der Ringe. Das ist der mit dem Zauberstab, ne, in dem seine Eltern von Voldemort getötet wurden. Jaja, das ist der, der mit Scandive zusammenreißt, um den Ring zu zerstören. Jaja, das ist genauso wie der eine Zelda da, der versucht die Prinzessin zu retten. Naja, gleiche Story eigentlich, ne. Oh, ich sterbe hier gerade. Lass das. Spüre den Schmerz. Der hat doch auch Ende von dem kleinen Mann mit den haarigen Füßen gesagt bekommen, dass er sein Vater ist, oder? Ja, und dass die Macht immer mit ihm ist. Das war während dem Borgangriff, oder? Hm. War das denn mit der Narbe auf der Stelle? Kann beinahe All-Any ein Jailor dabei sein? Genau. Ja. Alles kann dabei sein. Hast du nicht vorhin gemeint 11? Nein, Lego-Haus. Ah, okay. Hm, okay. Oh, was ist denn der dann bitteschön noch? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht Survivor-Bodyguard irgendwas in die Richtung. Das kann sein, ja. Und geblackmailt. Wollen wir mal schauen, ob er wirklich geblackmailt wurde? Oh, er war wirklich geblackmailt. Das ist ärgerlich für ihn. Ja. Oh nein, warte mal. Was ist los? Ja, geil, ich hab's gesehen. Was ist einer von euch? Ich bin jetzt mal ruhig, ne? Mhm. Nein, das war der Falsche. Ich hab gar nicht ihn attackiert. Ich hab ihn aneinander attackiert. Ich weiß nicht, warum ich auf Anaconda kam. Egal. Gott dammit. Aber, ach du warst es? Nein. Nein, war ich nicht. Aber ich weiß gar nicht, was er war. We will find out now. Auf jeden Fall wäre er kein Mafiosi. Das wäre echt... Ah, er war Bitch, alles klar. Ah, ist okay. Er war auf jeden Fall immun. Ne, er war's nicht. Ich hab mich vertan. Das war Lama. Das ist eine richtig beschissene Runde. Ich lebe zwar, aber ich kann trotzdem nichts machen. Jupp. Was soll ich denn sagen? Was war's denn du nochmal? Emni. Achja. Ich kann mich grad nicht entscheiden. Ja, das Problem ist, im Prinzip muss ich... Ich versuch's nochmal bei Lama. Wenn er jetzt nicht stirbt, bist du mein nächstes Opfer. Mhm. Mhm. Ansonsten bist du dran, Alex. Oder eben Silly, wenn sie nicht auf unsere Seite wechselt. Ja, stimmt. Erneut immun und damit... Gut, ich wurde geblackmailt. Ich wurde geblackmailt. Ja, durchaus. Ich muss im Mund zu. Ja. Ist klar. Oh man. For fuck's sake. Scheiß Weeboos. Bitte. Tötet es. Wo es euer liegt. Wo hast du denn? Zugor hier? Ja. Ne, können wir ja nicht. Es ist Mafiosi. Baisu, 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 baisu. Wenigstens einer hat's verstanden. Was willst du uns damit mitteilen? Kann man dich nicht? What? Ähm, du hast dich gar nicht erinnert. Oder Silly? Hab ich's überlegt. Es sind ja auch noch keine interessanten Rollen dabei. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich werde mich nächste Nacht entscheiden. Lass mich raten. Consort. Weiß ich nicht. Du könntest auch Hexe werden. Wenn du gewinnen willst, musst du Hexe oder Consort werden. Korrekt. Ich war aber noch nie Hexe. Also glaube ich nehme ich Hexe. Ja, das heißt nämlich. Was? Wieso wurde er nicht hochgewählt? Haha. Okay. Wieso hat das nicht funktioniert? Wir hatten doch genug Stimmen. Also bei mir waren nur drei Stimmen angezeigt. Also bei mir stand, has voted Lama, 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 Lama. Ah ne, Consuela, du hast Sugoi gewählt. Ja. Und dann hat Sugoi Lama gewählt. Das hört sich so falsch an, wenn er Sugoi sagt. Das ist mir egal. Du bist übrigens tot, Alex. Tut mir leid. War mir klar. Ja, muss ich aber. Ich gehe davon aus, dass CD auf unsere Seite kommt. Und dann wird jetzt der Veteran gelünscht. Ist mir egal. Ja, aber ich wurde wieder geblackmailt. Mwah, mwah. Kann sein. Kannst du auch keine Rolle annehmen, wenn du geblackmailt bist. Nein. Normalerweise schon. Hast du auch jemanden ausgewählt? Ja. Krass. Ich wurde, wie gesagt, geblackmailt. Und jetzt kann ich nicht meine Rolle annehmen. Ja. Someone threatened to reveal your secrets. You are blackmailed. Oh, du bist sexy. Aber du bist nur Witch. Oh, jetzt schon. Hä? Es dauert bis nach den Toden, bis das durch ist. Mhm. Ist irgendwie sehr frustrierend. Wenn man endlich mal ne vernünftige Rolle hat und dann aber so ne Scheißrunde mit X Mafia. Und die ersten... Naja. Wie dem auch sei. Hatte desu mal gesagt gehabt, was er für ne Rolle hatte? Ja. Nervensäge. Ne, das hast du gut. Beide. Fuck! Ist Artemis bei euch in der Runde? Nein. Ich nehm aber mal an, Lego House ist Tatsache von euch, oder? Ne, natürlich sind alle von uns. Außer eben Silly als Amnesiac, jetzt Witch und Lama, der Survivor ist. Und Artemis ist halt der Veteran, den wir jetzt hängen können. Jupp. Wie viel seid ihr denn? Wir waren sechs, jetzt sind wir noch fünf. Hm, okay. Ja, dann ist es glaube ich schon vorbei. Sobald er gehängt ist, ist es vorbei. Weil Survivor gewinnt mit uns in dem Fall und Ding. Dann müssen wir allerdings noch mal eine aufnehmen. Wir sind jetzt nämlich erst bei irgendwie 16... Naja, 17 Minuten. Ich muss aber aufs Klo. Kann's ja gehen. Ich muss mal Kaka. Ich muss mal Peppy. Wann sind wir da? Ich hab Hunger. Ich bin Eis. Gib's nicht. Desu, 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 desu. What the fuck? Okay, ja. Töten. Machen Leute. No, not just for you. Jetzt will ich auch Nachos mit Käse. Oh, ich aber auch. Jetzt hab ich auch Lust drauf. Vielen Dank. Ich glaub ich geh morgen einfach bei uns in den Ami-Importladen und besorg mir so ne, so ne Dose Cheese Whiz. Cheese Whiz. Ihr habt nen Ami-Importladen? Jep. Ihr habt nen Laden? Jep. Ihr habt, ihr habt Amis? Was denkt ihr wo ich meine Skittles und meine Pop-Tarts her bekomme? Aus'm Rewe? Wat? Was? Mein 10. Sieg als Gottfader. Ich habe kein Achievement bekommen. Oh. Oh. Oh, ich glaub ich hab grad... Also gibt's ein zweites oder was? Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Ich hab grad das erste Mal mit Konsorten gewonnen. Ich hab jetzt mit allen Rollen einmal gewonnen. Oder was sagt ihr? Noch ne Runde? Wegen mir können wir noch eine machen. Aber ich muss das Klo. Also direkt hinten dran... Ja, kannst du ja gehen. Geh doch. Mach halt schnell. Also nicht direkt hinten dran, meinst du? Ja. Ja, mir ist egal. Wir können direkt hinten dran hängen an die Folge. Na, ich würd sagen wir machen ne neue. Okay. Dann... Ja, lauf Forrest, lauf. Soll ich dann abmoderieren? Jo, mach das. So, dann hoffe ich. Die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe ihr hattet Spaß und ich hoffe wir sind uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Bar Kate und Krian und Silly. Bye Leute. Tschüss. Ciao.